Herzlich Willkommen zurück am Keimwerk, Slashai. Es ist wirklich sehr selten, dass wir in den Gasthaus für eine zweite Saison an den Keimwerk zurückkehren. Aber in Beidemann für uns 100% sind die Anwesendung und die Anwesendung für Rivala-Wesendung. Erstmal vielen Dank, Note, dass ich das hier alles nochmal wiederholen darf. 2017 war ein unvergesslicher Sommer und ich habe mir im tiefsten Herzen gewünscht, dass ich das wirklich nochmal machen kann. Aber ich wusste auch, wie schwierig es ist, nochmal zu kommen. Aber ja, der liebe Gott hat meinen Wunsch erhört und ich darf hier stehen nochmal und diesmal die Banner spieren. Herzlichen Dank dafür und ich freue mich auch über die Kette, ein ganz süßes Geschenk. Und ich hoffe, sie kommen alle und wir hoffen, dass wir sie verzaubern können, auch in diesem Jahr. Vielen Dank.